Wenn es eine typische südafrikanische Rebsorte gibt, dann ist es Pinotage. Diese Rebsorte wurde 1924 in Südafrika aus Sinsault und Spätburgunder gezüchtet. Bei Carpsey steht die anspruchsvolle Rebsorte in den besten Lagen der Bottlery Bowl. Für mich ist das einer der gelungensten Pinotage Südafrikas. Die Eleganz eines Burgunders gepaart mit dem Körper des Sinsault. Viel Druck und doch nicht schwerfällig. Seidig, saftig und mit einer klaren Frucht. So schmeckt Südafrika. So schmeckt Südafrika.